Guten Tag, ich war von dir hier zusammen und war auch in Thäumer zu bringen. Ich war von dir und bei meinem Bruder in seinem Haus, Pedro, in seinem Haus. Von dir und ich bin dankbar, Herr, dass ich das hier so bedankehren habe. Von dir wollte ich einmal von den Thäumer reden, wo es so wichtig ist für die Familie. Vielleicht denken wir so, wo ist es denn, oder dass ich den du sie genannt hast, wo er uns kennt. Vielleicht habe ich meine Sprache vielleicht nicht verstanden. Aber wir wollen uns in Thäumer bekehren, wo er uns kennt. Wem war das mir denn wichtig, wenn Jesus denn auch wichtig wird. Und du, wenn das mir denn auch wichtig ist. Jesus war mir denn wichtig, krieg das Thäumer, er hat auch von dir erzählt. Und du, wenn wir krieg immer dort auch ein Klimpet hier vertellen. Und ich will, du sollst einfach über reden. Ich brauche bloß, ich schwöre mich an, dass alles abgerechtigt gewohnt hat. Und wenn du nicht abgerechtig hättest, dann halb das wenig. Und so, was wir wollen sagen in Matthäus 8 hier, von 1,3,5. Du sollst, dass Jesus kriegt über das Ding. Der redest du von, und denen ist es wichtig, über das zu reden. Und so soll uns das auch wichtig sein, über das zu reden. Und so kann ich auch einfach bloß einmal das abheben. Und Matthäus 8 hier, von 1,3,5, sagt das es steht. Und der Stinn träumt der Jünger nur Jesus in Säden. Wer ist dann dort geratzt in Himmelreich? Und aus Jesus ein Kind nur sich raut, und heisst da dort in ihrem Meer, und seht vorhof, er sagt Jüng, Wenn sie nicht drei Drehen und waren aus dem Kind, so wollen sie nicht in den Himmelreich einankommen. Darum, wer sich selbst der Mädchen wird aus dem Kind, der ist der Geratster im Himmelreich. Und wer immer so ein Kind wird abnehmen, in meinen Namen, der nennt mich ab. So, hier so sage ich, wir heute einmal, dort redet gerade so von, dass wir machen so ein Wörter aus dem Kind. Der sagt, wenn wir nicht so ein Wörter aus dem Kind, dann können wir ihn nicht in eure Garten nehmen. Der sagt das einfach ganz klar. Der sagt, wenn in Säden, woher hoffe ich sage, wenn ihr nicht drei Drehen, also drei Drehen, in Wörter aus dem Kind, so wollen sie nicht in den Himmelreich einankommen. Wie fing noch mal erfahrchen in Johannes Kapitel 3 vers 3, das fing wie auch das erfahrchen, wo dann so doch sein dann. Johannes 3, 3, das so in Wira, von Johannes 3, von 3, der ich saß, ich war dort das nicht gleich gelesen, ich war in 3, weil ich gelesen, aber ich war nicht das ganz, lese ich und das war wirklich wieder. Aber da zeig ich das einmal, Jesus' Antwort in Säden an. Wohrhoff, Wohrhoff, sag ich dir, dort erst dann, wer nicht von ihnen geboren, war, so kann heute, oder ich Gottes nicht sein. Und ich sage dir, dort der Mond, ist von ihnen geboren worden, ohne dass, oder ich Gottes nicht sein. Und so, was meint das? Dort meint, das nicht ohne, dass wir, von ihnen geboren worden. Und auch, auch weil, hier so von der Frage abhüllt, wann wir aus Älderen, wann wir nicht sein, so ihr waren aus dem Kind, dann kann ich nicht, oder ich Gottes nennen, wir waren nicht eine gleichliche, oder nicht eine gleichliche Familie. Und für mich, als Futter im Haus, ist das wichtig, dass meine Kinder dort lüren, dass sie nach meiner Trägung ein ganzes Kind waren, wann sie gerade sind. Und für mich, nur zu denken, dass ich mal so waren, dass sie die Kinder sind, weil sie die Kinder sind, so wird es, wie können sie das kennen, und dann sie denken, okay, ich muss auch so waren, dass das Kind ist, und aber wo? Dort meint, gestern, dass wir uns das bekämen, dass wir hier so, und Matthäus auch, hier in Fein, und das macht, wie wir uns hier so jährlich bekämen, und dass wir das verstehen können. Ich wollte hier so, was ihr Gedanken, glaube ich, ab Spanisch lesen, bloß wegen, ich habe ja den Thema ab Spanisch einmal gebraucht, und mir wäre es sehr wichtig, und ich fand nicht den Titel, dass ich mir da können, alle ihre Sachen, auch schön abbrotten, so ich probiere bloß hier, gerutschte Daumen, weil ich da vielleicht ab Spanisch lesen, was ihr Gedanken, wo das mich heute tun, wenn ich, wo das machen, ich traurte immer, als ich da komme, bin um ihn, wenn ich gegen ihn rede, nach lesen, aber einiges Mal, verdreht mich, und verstehe nicht, wo ich hier nicht. Obwohl, ich habe mir hier so, was sie Gedanken, durchgeschrieben, und den ersten Gedanken, habe ich hier so einmal, entonces, todo lo que sabemos, ja no lo sabemos. Also, einmal, alles, was wir wollen, dort wollen wir nicht, Maja. Wann wir so wollen, was ein Kind, wann wir sein, war da ihr, dann, was wir tun, alles, was wir alle wissen, weiß nicht mehr, dann habe ich nicht mehr, erfahren hat. Wie sah ich nun so, wie kommen wir, waren wahre Gebühren, und dann sagen wir, oh ja, ich hatte diese, erfahren hat, oder, und so, ich weiß, so, wenn wir, wo die, aufran, und dann, wie wir alle, erfahren haben, was wir haben, wo wir nie leben, lernen, und du, mit mir, wie, so ja, viel Fehler. Wann wir, wirklich so, die Bibel, anstatt, lebt, okay, ich sage, ich war da, ich bin, ich weiß nicht mehr, ich habe keine Erfahrung, ich weiß bloß nichts, dann, wo wir, wahrhaftig, dort leben, wo die Bibel, ich weiß nicht, wo ich bloß, ein paar Dinge sagen, wo ich war da, ich bin, ein paar Dinge sagen, okay, was ist jetzt? Das war das für mich, dass ich clickte, was ist jetzt? Was ist das für mich? Und wenn er eine Verküpfung, meine Menschen ist, dass er kein Schöpfer auf dem ist, dass er nicht mehr auf das ist, ich sage, das war das, was ich nicht mehr sagen, das war, ich habe mit mir nicht mehr, verstanden zu sehen, ist, was ist, 2.40, Kapitel 5, 2.70, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17 3. 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 Korinther Kapitel 4, Vers 17 Die Kinder haben, du bist eine Frau. Wie viele Frauen haben wir zu Gott gehört? Wie waren Gott so lange gebrochen? Wie fanden wir dann die Kinder auf? Die Kinder, die Frau, Papa, was ist das? Papa, was ist das? Und wir sagen vielleicht nicht, wir sagen, dass wir stahl sind. Und wir sagen wirklich, Gott ist immer du und der Herr. Und so sind wir auch, wenn die Kinder, wie sollen sie sein? Besonders wenn die Schwere geworden sind, haben sie so ihn auf den Gründen, auf die Haut. Und die Kinder, die von der Wut Gottes verteilen, und alle wollen die Wahrheit holen. Wie sollen, schon einmal die Kinder in der Flucht verbiegen, wo wir die nicht von der Frau mitgebracht haben. Weil die sind Gott dankbar. Der ist Gottes genug. Du hast nicht in der Flucht verbiegen, wo unsere Kinder nicht von der Frau mitgebracht haben. Wenn sie die Kinder nicht von der Frau mitgebracht haben, kannst du mir bitte den Gefallen tun. Und unsere Kinder von der Wut Gottes verlesen. Wenn sie nicht weit wurden, würde ich eine Stehe geben. Wo erst und dann OsHAHA mit에는 die Frau mitgebracht haben. Das sind irgendwas kreakt, das schwelle. Die Kinder anernte eine Frau mitgebracht haben, die kann nicht Salzgui someone. Eine Kinder hier vor uns då Red эпelt, wo die Frau mitgebracht haben, wenn sie Grünen Hoje erlebt haben, ist es geht. Das ist wichtig, ein Kind braucht sehr viel Zeit. Ein Kind merkt sich vielmals einen Tag schwingt, und ein Kind, wo du jetzt geboren bist, ist das auch. Wenn du geboren bist, ist das auch. Wenn du geboren bist, braucht es das, wenn du wieder an Weißen bist. Wenn du geboren bist, dann sagst du, dass du das nicht abreichst. Vielleicht solltest du viel weggehen. Dann sagst du, dass du nicht so viel weggehst. Dann sagst du, dass du die Leute nicht beschaffst, was du in die anderen Serien bringst. Das ist wie die Ukraine, wie die Iranien. Einmal war das, war das dann. Was soll das sein? Das war wichtig. Wenn wir uns in Judas nur lesen. In Judas fängt, wie in der ganz klare Bibel steht, und du solltest das ganz klar sein. Das ist eine große Veröffentlichung. Ich weiß nicht, dass wir das nicht mehr lesen können. Ich freu mich immer, wenn jemand das nicht mehr lesen kann. In Judas fängt, wie in den Pfarrern, wo uns in der 2. Jahrhundert deutlich gemerkt wurde, wie in der Saal. Und du hast das mit einem Bruder, einem Zester, oder was auch immer. Judas 1, 23. Das heißt, so steht. Aber der andere rade mit uns, er riecht an über den Pfarrern, indem die auch von dem Fleisch befleckte Kleiderhosen. Also, da sagst du, wie sollen wir raten, wenn wir die Pfarrer raten? Ich rede immer mit einem Freund, und dann, das fremde ich, auf dem Ding wollte ich nicht gut sein. Und ich rede am Ohren, und ich gehe dort am Bett, ich vermute immer eine Sache. Und dann, fußt, ich hatte sie am Bett, und dann sehe ich, kann ich die mit einer Frau stehen? Und ich sage, ja, ich stehe in der Frau. Und du, wenn du auf uns hier, wirst du ein Stab vorbei fahren, du kannst mich nicht mehr. Und du sitzt da, der Traktor, der brennt, und ich sitze, du im Traktor brennt, und ich verbrenne, wirst du die Stelle hören, an mir der Ritter raten, an mir der Ritter raten, an mir der Ritter raten, und ich sage, da ganz genau, da wird er da. Und ich sehe, in Nanzirach, dort krank, wo ich brauche. Kannst du nicht sagen, mit dem Ding, was du machst, mit dem du hast, du hast verloren, und ich sage, ja, ich kann das sagen, und dann schön, für mich einfach ordentlich, über das. Dann wird er ganz angedreht. Weißt du, das, was wir machen? Wir machen, an die Kinder, wenn wir das sagen, das braucht die Strufen, das braucht die Beliehen, aber eine biblische Wahrheit dort zu tun. Wenn wir nicht wollen, wo das eine biblische Wahrheit ist, dann sollen wir vielleicht bitte alle lesen, oder wie im Freon. Und ich glaube nicht, wie das von dir, wo er immer kommt, wie wir vielleicht machen, die Luther noch mehr davon reden, von dem Thema, dass wir dort immer kommen, wie das ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe so sehr, dass wir hier ein paar Punkte zu holen kriegen, von wo der Kiewer immer kommt. Kolassa, Kapitel 3, Vers 10, der uns eine solle Chlorelie geben, über diese Dinge. Ich werde hier so nachlesen. Kolassa, Kapitel 3, Vers 10, ein Simulan, fäng ich den nicht so hostig, aber Kolassa, 3, Tien, aber es ist dort, kommen die vielleicht bitte, die Hand der Hand zu sehen. Kolassa, 3, Tien, sag ich dort, das ist das. Und dann, in den Nieren, der ungetrocknet, Hummer, der nie gemerkt, wo er erkannt hat, nur das Bild, der und der Hand geschaffen hat. Also, der sagt, dass der alle nie ungetrocknet. Wie hat das, der Gott hat uns nach der Hand gemerkt, und dann sage ich die... Okay, wenn die in einem Farsch, der redet der, um nicht den facts, derлерzeiht, diese Träkungen, wir sollen ihn aufleihen, und dann sagt er, die nie oergetragen haben, die nie kommen, wo erkannt ist, nur den Bild von dem, der angeschaffen hat. So, da waren wir so, waren immer wieder aus Christus, so, da brachten wir uns für den Mund. Wir finden, dass du in Galater sagst, oin, das heißt, die, die du jäßlich sind, sollen dich für den Mund, die du so vertretend hast, oder wo du so vertretend hast, wo Gott ist. Das heißt, die, die du jäßlich sind, waren gerne halten. Also, was macht wir denn daun? Das ist korrekt, dass alle, die du jäßlich sind, sagen sie, das ist doch. Das ist doch so, das ist doch. Aber zu all dem, der läuft, der dort bänt, der vollkommen hat ist. Also, dass wir alle in der Läuwe die daun, der ist, der bänt, der vollkommen hat. Also, das wird auch, dass du so daun, das wird immer mit Läuwe daun. Und wo? Wir haben immer drei gånger in der Kette, in der Kette, in der Kette. Nun, ich kann noch was, die Punkte geben, bloß an, dass wir nur die in der Kette in der Kette, in der Kette, in der Kette, nie war da geboren, da dort, in der Kette, wo wir dort haben. Und aus der Kette, all Hans ist dort geholt, und man wird nicht Hans geholt, dass wir kennen sie dort. Aber fahrt dort, weil ich noch ein Pfarrer lesen. Und den fingen wir in Lukas 14, 16, 20. Lukas 14, 16, 20 fingen wir diesen Pfarrer, wo es sehr wichtig ist, dass wir den verstehen können. Und hier so berichtet war, dass wir diese Wohren aus dem Kind, dass wir das verstehen können. Pfarrer dort war, wo wir nicht verstehen können. Und hier so wie Krakjop von Hiab. Hiab, was passiert mit dem? Ich höre in der Familie, die hört alles. Aber wo müsstet dem es auch an unser Wohren aus dem Kind, dem alles loszuhören, alles loszuhören, und was die immer so wahr lassen können, dann ist Gott alles nie. Und das ist was wir hier so sagen. Das ist was hier passiert. In Lukas 14, 16, 20, da sage ich du, wenn wir noch nicht sind Futter, sind Mütter, sind Früh, sind Kinder, sind Brüder, sind Säßtren, Bütter, auch noch sind Leben, so kann ich nicht mein Jünger sein. Da sage ich du, ich würde alle Hosen einfach loszuhören, der König sind Gäng sein. Wenn das passiert nur dem, dann kriege nie Frenn. Wie man immer alle Frenn loszuhören, und dann kriege nie Brüder, nie Säßtren, nie Frenn. Da sage ich Jesus, wer sind meine Brüder, wer sind meine Säßtren, wer ist meine Mama, sage ich der Gott, der Gott, mein Wut sage, also die Wut Gott sage, dort sind seine Säßtren, seine Brüder, seine Geschwister, dann. Also was muss tun, wie machen so Waren aus dem Kind und das wir kennen und das Gottes nennen. So wir machen einmal den Weichen. Aber ich will ich Punkte abheben. Und ich werde auf Spanisch lesen, wenn ich durchschreben, ich werde in Englisch lesen und ich werde auf dich sein. Okay, das kann ich hier sein, darf ich nicht lesen. Er sagt, ich habe mir das so durchschreben im Kind dort verjaff leich. Und wann haben wir das Kiel nicht? Dort in Glien stört es aber hat das rein zu verjeden. Da läuft die die kämp und die in Haug wann die du strufst. Ich würde an sich hängen strufen und erklär und dann einmal er ist dass ich die strufe komme und bin mir besucht sein. Da ist eine Belehrung von Herrn und Gott ist wem in Hebräer 12 und die Bestrufung ist wichtig. Das ist wichtig. spricht viel davon. Ein Kind ist wie ein Kind. Wir waren und sagen wir auch vergeben. Wir brauchen wir vergeben. Wir waren fern weg. Wir können ein hau geben. Wir können fern weg. Und das ist ein Kind. Vergeben. In Matthäus 28 20 sagt dass alle drei Das kann für jeden, wenn du das rechnen möchtest. Und dann habe ich noch ein. Ein Kind wird das Leicht loszuladen. Ein Kind wird das Leicht loszuladen. Du wirst nicht lange trippeln. Du wirst das Reinfurt vergehen. Und du wirst los. Und du wirst fernweig. Du wirst aber erst trippeln. Du wirst nicht lange überdenken. Okay. Das kann ich nicht noch ein. Ein Kind ist so ein Leicht loszuladen. So wie ich auch gesehen habe. Ist das ein Kind geworden? Ein Kind sage ich nicht für Marien. Ein Kind sage ich für von dir auch. Aber vom Offen kann ich ja reden. Von dir geboren. Ganz von dir. Da kann ich nicht viel sagen. Deshalb sage ich, alles ist zufrieden. Da kann ich nicht viel sagen. Aber wie war ich übrigens. Wie sollen sie sein? Wie sollen sie sein? Das ist ein Kind. Wie sollen ein Dolphins sein? Hören sie es zu können. Und dann war Luther. Da war ich noch ein. Was sie tun da. Möchtet haben. Was wir nicht sollen sie es zu können haben. Und was wir tun können. Du sollst wieder gleich andere wachsen. Und so wie machen wir uns. Du reichst das reichposten. Und mir war das so auf jeden Fall. Wenn ich mir das bekomme. Wo dann können wir. Wo mag ich das dann tun. Mir war das so auf jeden Fall. Und dann habe ich eine Freund. Ein Kind. Dort wird. Sein Fuhrer 100% vertrauen. Ein Kind. Ich war dann von an sich. Ich kann ja sagen. Vielleicht nicht alle Kinder. Aber nach dem Kind. iuht. Wo es dann goes. Wenn wir die Führer. Ich habe doggeräusch. Nach Yeahfy. Ich weiß es. Ich kann ja, ich praktisch auch nie mit Legandaus. Wenn mein Vater ist, dann schmieden sich auf den Vertrehen, 100%. Mein Vater wird abholen. Noch ein Erlebnis wie so, wenn du so ein Stehler bist. Wenn du nicht der Vertrehen hast, solange du Kind in dem Vater sein hast, du vertritt dich nicht Angst. Ich weiß nicht, wie ein Kind mehr alt ist, als zwei Jahre, und du darfst Angst verholen. Und solange du sagst, du darfst nicht Angst verholen. Der Kind kann dich bekommen. Aber wenn du nicht in meinen Augen hast, hast du Angst. Du sollst so Angst haben, wenn du nicht in den Futter sind. Wenn du nicht in den Sinne Augen hast, wenn du nicht gehörsam bist. Wenn du gehörsam bist, dann sagst du nicht in den Sinne Augen. Dann sagst du, wie du auch nicht Angst hast. Wir können ganz gelohnt sein. Wenn du nicht in den Sinne Augen hast, dann sagst du, wie du nicht in den Futter sind. Wenn du nicht in den Futter sind, dann sagst du, wie du nicht in den Futter sind. Wenn du nicht in den Futter sind, dann sagst du, wie du nicht in den Futter sind. Ich würde uns mal fragen, weil wir wir uns versächt sind und wir uns in den Futter sind. Ich würde hier zum Schluss machen. Ich wünsche, dass jeder mein Gott ist ja, weil ihm das nächste Gehe nach mir ist. Und ich wünsche, dass wir uns in den Futter sind und wir uns in den Futter sind. Aber ich würde immer zufrieden, dass wir uns in den Futter sind und uns in den Futter sind. Und dann kann ich wirklich in der Rekord des Nachkommens sagen, es ist die Bibel. Also, mit dem war ich, dass ich schlüp'n, wie wir auch nächstes Werk waren, weil wir so ein Du- und Klinkbebierer finden, wenn wir das in Begräufe tun, machen wir ganz einfach mal. Wo wir hier noch haben, wurde ich geliebt. Weil wir gehen, wo die Kinder dort haben. Und dann wurde es gestern, so unbänden. Und ich wollte, dass wir über dein nächstes Werk waren, was uns das klar war. Gott sei Dank. Und das nächste Mal, ich war nicht nach Baden. Vielleicht war die Kamera nicht abhängen, wenn die Batterie stört so. Aber ich werde noch Karp beten, wann ich das riecht. Herr, dann gericht er vor, dass wir kommen fertig. Und Jesus, sieh nun, wir danken dir, dass du so gut bist, und dass du uns immer warst, dass du immer warst, dass du am besten bist, uns lern und haupt uns zu tun waren, uns zu gehen, dass wir, woher hoffentlich die älteren sind, dass wir, woher wir uns anfangen, was du hast angefangen. Du hast die Familie, die es zuführt, dann haben wir. Können wir das in der Kirche nicht geworfen, dass wir wir uns das in der Kirchen nicht kennen. Wir machen das in der Kirche nicht. Wir können das in der Kirche nicht er vraagieren, nur wenn ihnen das in der Kirche nicht geworfen. Wir Kontext an die Kirche nicht in der Kirche nicht geworfen. Ja, und wie ihr verletzt, einfach tun kann. Und wenn ihr das in der Kirche nicht mehr macht, die es unterbrochen kann. Amen. Amen. Amen.